Die Abenteuer von Fräulein Uninteressant im Unnötigland Was kannst du eigentlich? Warte noch eine halbe Stunde, bevor du endlich hochkletterst, aber ist ja deine Sache. Was kannst du eigentlich? Ja, ähm, nein. Es ist immer interessant, wenn ich anfange mit dem EP hier, also wenn ich anfange aufzunehmen, da kriegen mich Jumpscares immer noch relativ leicht. Je weiter ich dann spiele, desto mehr denke ich mir so, oh, okay. Like, something happened. Und pack mal was rein jetzt hier. Wow, obliterated. Okay. Ist nach oben hin offen? Ach, guck mal, genau das hast du auch hingekriegt, Frau. Oh Mann, genau das hast du auch hingekriegt. Leuchti, leuchti. Duki, Duki? Oh, nee, kein Duki, Duki. Was ist das? Es ist auf jeden Fall kein Duki, Duki, also würde ich es nicht haben. Warte mal. Was ist denn, wenn ich hier reingehe in den Gang? Oh, Radio, Brotdose? Jemand ist Brotdose. Okay. Weiterfoto kommen sich auch nach Hause. Meine Freund, Tochter, das ist Louis XX. Okay. Okay. Duki, Duki. Kein Duki, Duki. Aber mittlerweile haben wir, glaube ich, schon einiges an hier... Okay, wir... Uns fehlen hier und da welche. Aber wir haben gut was. So generell. Der Unbekannte, der jetzt nicht mal mehr so unbekannt ist. Trotzdem will ich wissen, wie das weitergeht. Und weniger wissen, wie es mit ihr hier weitergeht. Aber ich darf mir das eigentlich aussuchen. Der Typ mit seinem Flammenwerfer hat echt Spaß. Da willst du hochklettern? Ja, Mensch. Viel Spaß dabei. Weißt du, Kletter. Darum ist ein Typ mit dem Flammenwerfer. Lass dir Zeit. Komm, mach dich mal nützlich. Warum wollt ihr jetzt Psychopathen immer springen? Ich meine, das ist eine Steinwand. Oh, alles nochmal. Weißt du was? Spreng halt. Um genau zu sein. Es ist mir langsam scheißegal, was mit dir passiert. Dann spreng halt. Oh, Mann. Oh, Mann. Das... Oh. Macht Spaß. Macht echt Spaß. So, komm nochmal. Jetzt hier aber. Jetzt aber mit Stil. Ich drücke mal aus Reflex und nicht auf das, was da steht. Das ist immer das Problem bei mir. Ich drücke immer nur aus Reflex. Ich sehe QTE und drücke. Das ist ein Problem bei mir. Ich bin zu Trigger-happy. Werde ich jetzt hier von irgendwas erschossen? Ich meine, das erklärt ja... Also, das ist jetzt noch ein Punkt. Wir haben ja Chris entscheiden lassen, wen die Sego, in Anführungszeichen, umbringt. Hätten wir uns für Ash entschieden, ich glaube... Das ist noch so eine Sache. Was wäre dann passiert? Generell, wie er seinen Tod da vorgetäuscht hat, interessiert mich immer noch. Und... Generell, es ist so viele Fragen. So many questions right now. Und ich hänge hier mit der Dumpfbacke rum. Es ist... Oh! Mann! Ach, guck mal! Deswegen waren die alten Club-Handys cooler. Die hatten eine Akkulaufzeit von... Ein paar Jahren. Ich sag mal so, mein... Mein letztes... Ne, mein vorletztes Handy. Bevor ich Smartphones hatte. Das sind auch schon ein paar Jährchen jetzt her. Das habe ich morgens angemacht. Der hat gesagt so, Akku fast leer. Am Abend war der Akku immer noch da. Und das Handy war immer noch an. Obwohl ich es nicht aufgeladen habe im Zwischendurch. Aber das ist halt so... Ja, Smartphones und Akkulaufzeit. Nicht so das Coolste. Schabomski! Oh, cool. Der Aufzug funktioniert. Ich hoffe, ich kriege dann danach nicht noch eine Szene mit Mr. Mad-Brötchen, die mich nicht interessiert. Das ist echt so. Ich will mittlerweile wissen, wie das bei den anderen weitergeht. Das ist viel interessanter als das hier. Wo zum Frank geht das denn jetzt hier hin? Und... Jetzt mal ehrlich. Wieso... Hallo? Was ist das hier für ein Weg? Einer, der kein leichter... Jetzt sagen wir nicht, das ist hier einfach nur eine Sattgasse. Ah, ne, hier. Wo kann ich sagen? Verarschen kann ich mich allein. Ich dachte, da wäre was gewesen. Gehe ich jetzt komplett zurück? Unbewusst? Bin ich jetzt denn... Ich bin... Oh, ich bin so ein dummes Kind, ne? Ich bin den ganzen Weg zurückgegangen. Mann, bin ich dumm. Mann, bin ich dumm. Ich bin so dumm. Das hätte ich eigentlich kommen sehen müssen. Ich trottel. Ich dachte, ich kam aus einer anderen Richtung. Das ist das Problem gewesen. Aber ja... Ja, ja, hier, ja, hier, ja. Okay, gut. Ist ja gut, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Ich habe halt die Orientierung einer Banane. Die Musik macht das nicht besser. Es ist bedrohlich. Menacing. Ja, von hier kam ich. Ich trottel. Ja. Ja, okay. Von hier kam ich. Mensch, bin ich ein schlaues Kind. Bidu, bidu, bidu. Ich lasse mir mal Zeit. Ich lasse mir mal Zeit. Ich bin Emily. Ich lasse mir Zeit. Ich habe ja nichts zu tun. Hier ist ja irgendwo nur ein Flammenwerfertyp. Ich lasse mir dann mal Zeit. Ich habe ja die Zeit. Oh, oh. Duki, Duki. Duki, Duki. Duki, Duki. Duki. Ein Gefahrtotem. Okay. Nicht gut. Kein gutes Zeichen. Okay, hier kann ich auch nicht... Wo geht das denn jetzt hier längs? Alter, wo? Warum? Miau. Mach doch die Fackel mal. Danke. Dreht die Kamera, dreht die blöde Fackel die ganze Zeit irgendwo hin, wo es unwichtig ist. Ah, jetzt kannst du laufen. Ja, Mensch. Ja, ja. Ähm. Warum hast du dann den Strom angeschaltet? Ähm. 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 Montana. Montana. Oh. Oh, das ist der Ort hier. Da ist was. Ich sehe das. Spiel. Verarsch mich nicht. Und. Web. Moment. Dann war sie hier. Eventuell. Okay. Noch mehr. Holz. Oh, Jesus. Oh, oh. Aber wer und wieso? Ihre Schwester? Muskelfrau. Da liegt aber noch was. Doki Doki? Oder ein Hinweis, ein Hinweis. Ne, das... Moment mal. Oh, sie war hier. Okay, jetzt wird's merkwürdig. Hat sie den Sturz überlebt? Aber wenn ja, was soll denn das ganze Gedudel hier? Wunderschöne Perspektive. Ah. 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 Oh, mein Gott. Ist sie hier unten einfach. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ist sie hier unten einfach. You know. Ay, caramba. Das... Ach so. Wow. Ich wurde einfach komplett zurückgeportet. Oh, Gott. Oh, Gott. Dafür, dass sie ein... Sie kann kein Jahr hier gewesen sein, wenn die Leiche so aussieht. Ich meine, sie sieht aus, als wäre sie... Also, wenn sie hier sitzen müsste, da so saß, das lässt ja darauf schießen, dass sie irgendwie hier unten verhungert ist oder so. Ich meine, dieser... Dieses Bergwerk ist ja hier schon jetzt eine Zeit lang verlassen. So viel ist man sicher. Aber man muss doch irgendwie Suchtrupps hier gehabt haben. Das kann ja sonst auch nicht. Fragen über Fragen. Wer wird uns die Antwort sagen? Okay. Auf jeden Fall funktioniert der Aufzug wieder. Okay. Pasinga. Aufwärts. Das denke ich mir auch gerade. Oh, oh. Ach du Scheiße. Es ist Flammenwerfer, Mann. Halt dein Maul. Ich hab mich nicht bewegt. Pfff. Ja, richtig. Flüster mir weiter ins Ohr. Wupp, wupp, wupp. Wupp, 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 wupp. Oh, ja. Äh, Tonne. Öl, hoffentlich. Wobei, warum sollte es Mr. fucking... Ich meine, der Typ rennt mit dem Flammenwerfer rum. Und einer Shotgun. Okay, okay. Jetzt stecken wir in der Scheiße. Umdrehen? Umdrehen? Ja. Oh. Oh, fuck. Schischisch mich nicht an. Oh, nein. Okay, danke. What the fuck? Oh, oh, very good. Everyone of you, you got my name. And after all you've been through, good. Good, 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 good. I mean, how does that feel? Right? How does it feel? Do you enjoy feeling terrorized, humiliated? I mean, panicked? All those emotions that my sisters got to feel once, one year ago? Only guess what? They didn't get to laugh it off. No. No, 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 no. They are gone. Really? I don't know if you noticed this, Josh, but none of us are laughing. Oh, come, 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 come. Why the long faces? Come on. It's good to get the heart racing every now and then, right? And race they did. I mean, every one of you just pitter-pat, pitter-pat. I hope you appreciated my little phantasmagorical spectacle. I mean, no detail too small. Did that just happen? No opportunity missed. It was such a delight to play the puppet master to all of your Pavlovian panic. Oh, come on, you guys. Revenge is the best medicine. You're done. Mike, he's sick. Dummes Stück Scheiße. Come on, you guys are all gonna thank me when you guys become internet sensations. Wait, what, what? Oh, you better believe this little puppy is going viral, ladies and germs. I mean, we got unrequited love. We got, we got blood. I don't think there's enough hard drives in China to count all the views we're gonna get, you guys. Guys, what are you talking about, you asshat? Jessica is fucking dead. What? Did you hear me? Jessica is dead. You're gonna fucking pay, you dick! Irgendwas stimmt hier nicht. Seriously, this is crazy, you know? Shut up. Why'd you hit her, man? Huh? Why'd you hit her? Ah! What are you talking about? You punched Ashley, you piece of shit! I got so mad. You don't hit a girl. You just don't. Dude, dude, Chris. Bro, I'm not your bro. Where are we going? Where are you guys taking me? I'm locking you up, bro. What? You can't do anything stupid before we call the police in the morning. Come on. I didn't do anything. Are you serious, bro? God damn murder is what you are. I didn't do it. Michael, please just listen to me, man. I did not hurt Jessica. You know what, man? You need to shut up. Chris, hey, come on, Cochise. We're partners. Fake dick. Stop, don't say that. Oh, fine. Be a dick! Oh, oh. Dude, ich stehe auf meiner Liste, der. So, ich dir. Halt doch deinen Maul jetzt. It's not my fault, you suckers can't take a joke. Oh, oh wait. Did I hurt you? Did you just... You feel a little... A little bit pain? Right now I'm so, so sorry. Stop it! Jesus, stop it! Michael, I'm sorry, man. I can't tell you how sorry I am that something happened to Jessica, but I swear, I swear to you, I have no... You can swear so viel du willst. Das ist mir scheißegal. Josh, be honest with you. Do you really expect us to trust you for a single goddamn second after all the shit you put us through? But can't we all just get along? This is fucking nuts. Dammit! I'm not dicking around. I can't snar. No. No. That's not how it's supposed to go down. You're just a bunch of bullies. You can't hang out a guy just to try like this, guys. Huh? Not like... Not like you got the guts to really do anything about it anyways. You really, really, really need to shut up, man. Oh. Oh, that... That's... I mean, I don't even know what you mean because I don't have anything to regret. Oh, my God. Sitzenbleiben. Sitzenbleiben. Oh, Dinger. Oh, what does it take, to shut you off? Oh, not so tight! Okay? Not so tight, I can't... I can't wiggle them around. It's plastic ties, that's where it's at. In God's name, is he talking about? This is hard to watch. You ever say this kind of shit before? Oh, I've never seen him like this. Oh, I've never seen him like this. Well, I said you're a dummy, dummy. What is wrong with you? Whoa, Ashley. Ashley, I'll get you out of this. I won't think you'd die! Oh, I've never imagined in my wildest dreams that you liked me. Stop. You know what that sound is? It's the sound of never kissing Ashley, you pussy! Stop! Yeah, you know, you might as well let Ashley sleep with Mike. I mean, at least he's got some notches in his belt, you know? He'll treat her right! You're fucking pathetic, Christopher! I'm gonna beat his head off! Don't listen to him! Not worth it! Hey, Mike. Mike, 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 Mike. Mike! What? What happened with Jess, Mike? You know what happened? No, no, I... I don't... I got a problem, Mike. Yeah, I don't remember killing her. Gleich ein paar mehr. Christ. I mean, like, I feel like I would remember killing her, you know? She's so soft. And she's probably got like a really tight butt. Shut your fucking mouth! Son of a bitch! Ah! Stop, dude! Chill out! What the hell are you doing? I... I... You were gonna shoot him! I was just messing with the man. He's trying to scare him. I mean, is he just calm. What the hell, man? I could have killed him! Relax. It's fine. He's... He'll be fine. I didn't like doing that. Well, now at least. He's quiet. Durchaus. You should go back to the lodge, man. What? Why? I'm gonna watch him until the morning. I don't need you beating him half to death the whole time. That's not fair. I thought I was protecting you. Yeah. Well, job well done. Take a vacation. Well, what the hell, man? Go back to the lodge. Now. Dude. Now! Irgendwas ist hier megamäßig faul. So. Mega, megamäßig faul. Aber immerhin ist Dr. Spoiler nicht mehr da. Ich meine, das erklärt. Das löst ein Problem. I don't remember killing Tess. Jesus Christ. Allerdings haben wir jetzt noch eine Handvoll andere. Sie zum Beispiel. Oh, my God, Matt! Und Mr. Flammenwerfer. Und von dem... Das mit der Bärenfall ist noch... Oh, fuck. Schisch mich nicht an! Was geht hier? Was war... Was geht denn? What? Was hat er mir... Was hat er mir... Was hat er mir in den Turnbeutel zugeschmissen? Was geht mit dir? Oh, boy. Bin jetzt wieder, wo ich angefangen hab. Shit! Hä? Signal leuchten? Was soll ich jetzt mit Flares anfangen? Bessere Frage. Warum hat der Typ eine Handtasche voller Flares? Das ist merkwürdig. Warum hat der Typ eine Hand... Tucki-Tucki. Ein Vogel-Tucki-Tucki. Ein Vogel-Tucki-Tucki. Glückstotem. Es sah mir mehr nach einem Frustrierungstotem aus. Aber wer bin ich schon, der es zu bestimmen hat? Also ich hab übrigens keine Ahnung von Flares. Ich hab keine Ahnung, wie lang so ein Ding leuchtet. Aber ich glaub schon eine Zeit lang. Okay, also offenbar ist Flammflügelmann da oben doch nicht so... Aber das Ding, was hier so rumjaut, schon umso mehr. I don't know. Okay! Yai! Gar kein Punch! Hup! Was ist das? Ja... Ja, läuft. Geile Entscheidung getroffen. Was zur Hölle sind das? Oh Gott! Oh Gott! Da ist der Helm mal wieder. Ich werd hier... Ne? Immun gegen Jumpscares. Ah fuck! Da ist ein Clown hinter mir. Hi! Ich hab mich nicht bewegt, du dummes Scheißspiel! Alter, wie überempfindlich ist das? Nur mal so, wie fucking überempfindlich. Ich hab mich nicht bewegt. Alter, der hat echt ein Talent dafür, Sachen hinter sich abfackeln zu lassen. Ähm... Okay. Lauf! Lauf weiter, komm! Oh shit! Oh shit! Nein, 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 nein. Das tut mir... Okay, okay, okay. Okay. Das war ein fucking Steinschredder. Oh shit! Was sind das für Dinger? Und warum ist das so eine coole Bahn? Oh shit! Sie ist positiv, du bist aus der Mine raus. Sie ist nicht positiv, die Dinger sind immer noch hinter dir. Untertitelung des ZDF, 2020